So, Abend 5.30 Uhr, fahr jetzt gerade raus aus unserer Werkstatt. Hydraulikschläuche haben wir gemacht und die anderen nachkontrolliert, also es war nur noch einer, der dann nicht altungsgemäß war. Jetzt fahr ich schnell auf unseren Waschplatz, spritzt das ganze Öl ab, das hier überall hängt. Dann lade ich einen Traktor, der ist niegelnagelneu, der geht raus auf die Baustelle und der von der Baustelle geht wieder zurück. Wie gesagt, zuerst wasche ich jetzt hier ein bisschen das Öl runter. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Dad. down. Let's go! 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 Katastrophe! Hier war Pampe hoch 3, also wirklich brutal. So, drehen wir gleich rum. So, dann gehen wir mal schnell raus. Jetzt, ich häng ab, Kollege hängt auch ab. Und dann sehen wir uns gleich wieder, dann kommt jetzt der nächste Traktor. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Es ist Donnerstag. Nur noch zwei Tage, jawohl. Heute fahre ich zwei Brecher. Und ein Fahre, ich fahre ich da, ich fahre ich da, ich fahre ich nach Sembach, lade den ersten Brecher. Der, der geht nach Kaiserslautern, der geht nach Kaiserslautern ans Pfaffareal. Dann komme ich hierher auf den Hof, hänge den Dreiecks da drauf, dann fahre ich wieder nach Sembach, hole ein Vaterband. Und das geht ebenfalls an die Pfaff. Und das geht ebenfalls an die Pfaff. So viel mal dazu. Ja, wünsche viel Spaß beim Zusehen und dies gleich. So, jetzt aber. Ich habe den Brecher geladen. Den ersten für heute. Ich habe den Brecher geladen. 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 Ich guck mal, ob ich gedreht krieg. 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 Dann kann ich die Achse hier vorne mit der Fernbedienung mitlenken. Sonst gingen wir das eben hier in die Hose gegangen. Ich guck mal, ob ich meine Spuren so sehe. Ich guck, das hätte auf meinem ersten Mal gereicht. Ich guck mal, ob ich das nicht so sehe. Ich guck mal, ob ich das nicht so sehe. Woher? Woher? Untertitelung des ZDF, 2020 So, bin jetzt wieder in Sembach, kurz nach halb elf, habe jetzt dieses Förderband geladen, fahre ich wieder an die Pfaff, dann gibt es eine kleine Planänderung, eigentlich sollte ich dann von dort wieder einen Brecher laden, aber fahre jetzt nach Mannheim, dann im Anschluss und hole dort eine Walze, die geht nach Rammstein So, schon wieder Planänderung für heute, ich glaube es ist die dritte, fahre jetzt nicht Okay, moin, fahre jetzt nicht nach Mannheim rüber, sondern fahre jetzt runter nach Ockenhausen Und hole dort einen R920, kompakt Und der geht dann rüber nach Bad Dürkheim Dann haben wir jetzt den Bagger geladen hier Ein Stück rückwärts wieder raus schaffen Baggerdämpchen So, schon wieder aufhrekt Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe gezuckt, weil jetzt ist das Tiefbett richtig in die Halterungen reingerutscht. Das schlägt manchmal so, aber alles gut. Ach, das war zu viel. Gut, Mario. So, ich könnte es mal beim Dickheim. Bis zum nächsten Mal. 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 Hier ist natürlich der Akku abgeschmiert. Jetzt habe ich mich hier noch rückwärts raus wieder. Warte. Warte. So. So. Die junge Dame hatte recht. Oben ist ein Packplatz. Ich stehe jetzt zwar Anlieger frei, aber ich fahre jetzt hier durch. Drehe da oben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017